12 bands gruppen und einzelmusiker haben am ersten verkaufsoffenen sonntag in diesem jahr in willemshaven beim straßenmusikfestival klang echt mitgemacht die passanten konnten für ihre lieblingskünstler abstimmen um ihnen zu einem preisgeld von 200 euro zu verhelfen bei dieser vierten auflage des festivals ging es an die formation klang risotto biogeniazine vitamin b vitamin c das mein amphetamin meine liebe mein vitamin und ich brauch ich liebe es ich liebe es viel zu tun ich kann ich kann ich kann ich kann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020